Mein Name ist Virko und ich bin Teil des NathYoga Council Deutschlands. Das NathYoga Council Deutschland ist für mich ganz wichtig, weil ich mir davon erhoffe, dass wir das NathYoga noch mehr in der Gemeinschaft leben. Und ich sehe uns alle als kleine Taucher, die immer wieder mit offenem Herzen in diese ganz wunderbare und heilsame Musik des Klangs eintauchen. Und immer wenn wir dann wieder auftauchen und Luft holen, haben wir Zeit, unsere Erlebnisse mit anderen zu teilen. Für mich ist das deshalb so wichtig, weil wenn ich wirklich, wirklich tief eintauche in diese Musik, in diese Welt des Klangs, das ist ganz komisch. Aber dann fühle ich mich ganz, ganz lebendig. Dann merke ich, dass ich Ich bin. Und das sind Momente, die für mich ganz besonders sind. Und wenn ich das dann teilen darf, dann macht das doppelt Freude. Und dann macht das doppelt Freude.